Wie sind wir hier nur gelandet? In diesem Drecksloch. Du bist ein Filmstar, schon vergessen. Du bist Birdman. Lass uns noch einmal zurückgehen und Ihnen zeigen, wozu wir imstande sind. Wieso holst du nicht deine Flügel und dein Vogelkostüm raus? Ich krieg dir so, weil ich den Arsch auf bin, du erstickst. Fertigst! 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 Fertigst!